Hallo, Kanal Globus Total, Experiment Outside. Ja, liebe Freunde von der flachen Erde und liebe Mitbewohner des Globus, ich grüße euch und zwar heute aus der schönen Schweiz vom Walensee. Wieder einmal habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, um hier für euch ein interessantes Experiment durchzuführen. Zur Durchführung dieses Experiments habe ich mir daher auch ein Präzisionsmessinstrument mitgebracht, nämlich ein Barometer. Wie wir sehen können, befindet sich der schwarze Zeiger bei 1010 Hektopascal und ich habe diese Position mit dem messingfarbenen Referenzzeiger entsprechend markiert. Rein zufällig gibt es hier in der Nähe eine Gondelbahn, mit der wir jetzt mal nach oben fahren, und zwar auf dem Flumser Berg, und ich bin schon sehr gespannt, welcher Luftdruck uns dort wohl erwarten wird. Und schon sind wir oben auf dem Berg angelangt. Jedoch ist etwas sehr, sehr Merkwürdiges passiert. Wie wir auf dem Barometer sehen können, hat der Luftdruck offenbar um ca. 8 Hektopascal zugenommen. Hier nochmal im direkten Vergleich. Dieses Ergebnis hat mich dann doch irgendwie ziemlich überrascht. Falls sich unter meinen Zuschauern qualifizierte Flacherdler befinden, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir eine Erklärung für dieses doch ziemlich seltsame Phänomen geben könntet. Habe ich womöglich Antigravitation entdeckt? Oder nimmt der Luftdruck entgegen der Mainstream-Meinung womöglich auf hohen Bergen zu? Ich bin schon sehr gespannt, ob wir es schaffen werden, dieses Rätsel gemeinsam zu lösen. Und hier nun also die Auflösung des Rätsels. Wir sehen einige Zeitrafferaufnahmen, die ich während der Fahrt nach oben gefilmt habe. Die gesamte Fahrt dauert ungefähr 20 Minuten, die ich allerdings nicht komplett aufgenommen habe. Aber ich denke, man sieht dennoch sehr gut, wie sich der schwarze Zeiger über die Skala bewegt. Somit habe ich natürlich keine Antigravitation entdeckt. Und auch der Luftdruck hat nicht zugenommen, sondern auf den fast 1000 Höhenmetern hat der Luftdruck deutlich abgenommen. Das Barometer zeigt auf dem Gipfel also nicht 1018 Hektopascal, sondern in Wahrheit nur noch 938 Hektopascal. Bei einer Höhendifferenz von 980 Metern hat der Luftdruck somit um über 7% abgenommen. Wenn man bedenkt, dass, als Faustregel, der Luftdruck je 5000 Höhenmetern um die Hälfte abnimmt, dann liegt mein Messergebnis ziemlich gut im Bereich meiner Erwartungen. Somit wäre bewiesen, dass entgegen der Meinung vieler Flacherdler, verschieden hohe Luftdrücke auch ohne eine sichtbare Barriere nebeneinander existieren können. Je weiter man sich also von der Erdoberfläche entfernt, desto niedriger ist der Luftdruck, bis er nach spätestens 1000 Kilometern Höhe nahtlos in das Vakuum des Weltalls übergeht. Gleichzeitig ist das ein schöner Beweis für die Gravitation, denn über Dichte und Auftrieb lässt sich nicht erklären, warum wir überhaupt unterschiedliche Drücke in unterschiedlichen Höhen messen können. Vollkommen absurd wird es, wenn man bedenkt, dass es auf dem Gipfel spürbar kälter war, wobei die Kälte ja üblicherweise zu einer geringeren Dichte führt. Somit müsste oben auf dem Gipfel aufgrund der Kälte eigentlich ein höherer Luftdruck herrschen als im warmen Tal. Aber auch das beobachten wir nicht. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.